hallo willkommen bei conny canarias und land und leute heute möchte ich euch mal den parque doni gallardo in maspalomas vorstellen ja wir sind hier mitten in maspalomas direkt hier vor uns liegt der park und hier geht es zum hotel esplendido und hinten dran das suite jonas rechts die straße da kommen wir dann hoch auf die hauptstraße die runter zur melaneras führt toni gallardo war ein berühmter kanarischer bildhauer seine arbeit drückte er hauptsächlich in eisen und stein skulpturen aus der naturpark mitten in maspalomas ist eine paradiesische naturoase er befindet sich nördlich des palomas mitten im sonder naturschutzgebiet es ist der erste 100 prozent ökologische park auf gran canaria mit erneuerbaren energien wie solar betriebene park beleuchtung auch die natürliche reinigung um so wenig wie möglich in das ökosystem des parks einzugreifen ist der zutritt nur von 10 bis 14 uhr möglich und das dienstags bis samstags hier im park wie auch an der palomas ist der rückzugsraum und brutplatz vieler vögel der ebene bereich im park ist naturbelassen einige hügel sind künstlich angelegt worden ja ihr seht man kann hier schön spazieren gehen bisschen kopfbedeckung an den sonnigen tagen aber es ist doch hier eine kleine oase ja und dann gibt es pflanzen die wuchsen früher hier und heute hat man das saatgut aus dem archiv des botanischen gartens in hier bei jeder und klavijo erfolgreich im park wieder ausgepflanzt das hat also wunderbar funktioniert und die pflanzen die es jetzt seit vielen jahrzehnten hier nicht mehr gab wachsen hier jetzt wieder hier ist alles naturbelassen ungefallene bäume und nicht schön gestürzte pflanzen also hier darf jeder fallen und wachsen wie er möchte und es gibt auch einen kleinen wachlauf ein schöner platz zum verweilen und das Singen der Vögel nicht vergessen. Einfach ja eine Oase der Erholung, so kann man dieses kleine Fleckchen hier nennen. Wir finden hier viele Binsen, Gräser, Schilf und Pfahlrohr. Das ist besonders wichtig für die Vögel zur Brutzeit, aber auch Palmen und Tamarisken. An jeder Pflanze ist ein QR-Code angebracht und das besteht im Parkinternet. So kann man sich direkt vor Ort ein wenig schlau machen und etwas über die Pflanzenwelt lernen. Also ihr seht, das ist an alles gedacht. Und es stehen auch überall Bänke, wenn man also ein bisschen verschnaufen möchte, dann kann man das ohne Probleme sich mit einem Moment hinsetzen, ausruhen und weiter geht's. Dieses Wasser hier, das ist ein Mix aus Süßwasser und Salzwasser. Und daher gibt es dann auch Fische aus dem Meer oder eben Süßwasserfische. Schaut es euch mal an, es ist einfach zu erreichen. Genießt den Moment hier ein bisschen Erholung, ab vom Lärm. Das ist doch wunderschön. Ja und damit bedanke ich mich auch schon und sage vielen Dank an alle meine Abonnenten. Vielen Dank fürs Kommentieren und wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.